Hallo Leute! Ich bin wieder zurück in Deutschland. Und wie sehen könnt, da ist eine kleine Umstellung da oben, da ich ja Platz finden muss für die Puppen, die ich noch habe. Da oben ist auch noch was. Jetzt drehe ich mich mal ein bisschen um. Da ist ein Bild und da sind einige Stofftiere da unten. Und da oben, wie ihr sehen könnt, sind die Monster Highs. Und ganz oben sind dann einige Puppen, die ich neu gekauft habe, wie Haunted von Hauntlywood bzw. Twilight. Und da oben ist auch noch Scarra Screams. So wie Spectre of Wonderguys von Sport is Mord. Und hier unten in den Betten eingeteilt sind die drei Ever After High Mädels. Raven, Apple und Briar. Beauty Dings da. Und irgendwo hier dazwischen habe ich noch Elisabeth noch eingequetscht. Sie war vorher hier oben, habe ich hier unten gestellt. Und da ist auch Sport is Mord Claudine. Und jetzt sind wir wieder hier ganz vorne, denn ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche was bestellt. Und es ist heute angekommen. Ich stelle es mal hin. Da steht ein Monster High Logo und es ist das 2er Set mit Laguna Blue und Gil Webber. Boah, ich habe das schon gewartet und gewartet. Endlich kamen die raus. Ich habe sie letzte Woche, ähm, vorletzte Woche bestellt und die sind vorher angekommen, bevor ich angekommen bin. Gott sei Dank hat meine Mutter sie noch vom Post bekommen und, ähm, ja, aus bestimmten Gründen werde ich sie noch nicht auspacken, denn ich erwarte noch eine andere Puppe. Also ich drehe sie mal ein bisschen um, damit ein bisschen was sieht. Herrlich. Einfach wunderbar. So. So. Und das Foto von Gil on Laguna Blue. Ich drehe sie mal um und hier vorne seht ihr dann ein Foto von den beiden mit dem Monster High Logo. Ich drehe sie mal um und da ist wieder ein Foto von den beiden und da steht Will Love oder Skaterliebe. Ansonsten, Leute, ihr könnt auch die Puppe bei Amazon bestellen, soweit ich weiß. Ich glaube, sie sind noch nicht bei Toys R Us oder My Toys zu bestellen. Deshalb schaut es euch mal an, dass ihr eventuell, ähm, bei Amazon sie bestellen könnt. Ich habe ein bisschen viel ausgegeben für das hier, weil es war ein Pre-Order. Ich habe sie quasi vorher bestellt. Von daher schaut es euch an bei Amazon. Ansonsten, Leute, liken, kommentieren, abonnieren.